Die Firmen-TV-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Das Benz Bioenergiezentrum weiß, wie man aus Abfall wertvolle Energie gewinnt. Das Unternehmen erzeugt mithilfe einer hochmodernen Biogasanlage thermische und elektrische Energie. Dafür werden unter anderem Grüngut, Bioabfall und Lebensmittelreste verwendet. Nach dem Sieben und Reinigen der Biomasse kommt diese in einen Fermenter, in dem sich die Abfälle mithilfe von Bakterien zersetzen. In der Folge bildet sich Methangas, das einem Blockheizkraftwerk zugeführt und dort in Strom genauso wie in Wärme umgewandelt wird. Davon profitieren verschiedenste Kunden wie beispielsweise die namhafte Firma Zott und lokale Kommunen. Während der Energieproduktion entstehen übrigens auch hochwertige Nebenerzeugnisse, zu denen zertifizierter Kompost, Humus für Gärtnereien und Dünger für die Landwirtschaft gehören. Benz Bioenergiezentrum – regenerative Energie von einem Vorzeigebetrieb, der alle gesetzlichen und europäischen Richtlinien erfüllt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.